Musik Klöch ist eine kleine, feine Weinbau- und Tourismusgemeinde. Das Wahrzeichen von Klöch ist die Burgruine, die hinter mir sichtbar ist. Die Marke von Klöch ist der Klöcher Tramina, der Wein mit dem Duft der Rose. Ja, und wir haben sehr viele interessante touristische Themen. Bei uns kann man wunderbar wandern, den Wein erwandern, die Natur genießen. Das ist der wunderbare Tramina-Weg, ausgehend hier von der Winothek, wo man den Tramina erwandern kann. Und wir haben einen neuen Wanderweg jetzt errichtet. Das ist der Weg der Freundschaft zu unserer Nachbargemeinde Zankova nach Slowenien. Neben den Wandern spielt der Wein bei uns eine große Rolle und wird alles nach dem Tramina, Klöcher Tramina, ernannt. Das ist eine Orts-Winothek, das heißt, hier sind alle Weine aus Klöch hier vorhanden. Sie können diese zuerst durchkosten in der Winothek hier und sie dann später mit nach Hause nehmen, für zu Hause zum Genießen. Besonders edle Tröpferl. Und ich sage immer, die Winothek von Klöch ist die Apotheke von Klöch. Da gibt es besondere Tröpferl, genießen Sie die und bei angenehmen Nebenwirkungen fragen Sie nicht den Arzt, sondern den Winzer von Klöch. Ja, herzlich willkommen bei uns beim Weingut und Buschenschrank Frühwert in Klöch in Deutsch-Hasseldorf. Wir sind ein reiner Familienbetrieb. Unser Weingut gibt es schon seit 1902, also schon seit vierter Generation. Und wir haben so das typische Weingut, wo Buschenschrank in Kombination mit Weinanbau, die klassischen Rebsorten von Melschessling bis hin zum Weißburgunder, Sauvignon Blanc, aber natürlich auch der Tramina, das auch die Spezialität aus Klöch ist. Und wir haben im Zusammenhang dann auch den Buschenschrank, wo wir unsere Weine auch genießen können. Auf der Weinbergterrasse oder hier in unserem neuen Weintheater, wo der Wein immer im Mittelpunkt steht und wo wir eben in einem tollen Ambiente mitten in der Natur unsere Weine verkosten können. Der Klöcher Tramina, wie schon erwähnt, ist einer der wichtigsten Rebsorten aus unserer Region. Und das kommt nicht vor ungefähr, denn wir haben in Klöch einen Basaltverwitterungsboden, einen vulkanischen Ursprung, Vulkangestein. Und dieses Terroir, dieses Besondere an den klimatischen Bedingungen im Zusammenhang mit dem Boden, das liebt der Tramina. Und das schätzen die Gäste von überall her. Und das ist das Besondere auch. Und wir sagen ja auch Klöcher Tramina, der Wein mit dem Duft der Rose. Denn wenn man dann reinrichtet in den Tramina, dann hat man das typische Rosenaromatik, ein bisschen Exotik, ein bisschen Citrus. Je nachdem, was für einen Spiel hat, dass man auch verkostet. Ich sage mal, sehr zum Wohl, Prost auf den Klöcher Tramina. Prost. Ich möchte euch herzlich begrüßen, da bei uns am Köbis ein Fuchs. Wir haben vor ungefähr jetzt so mittlerweile zehn Jahren die Idee gekommen, Steirischen Reis anzubauen. Die Produktion haben wir jetzt da mittlerweile jetzt so erweitert, dass wir 25 Hektar ungefähr anbauen können und haben auch ein recht viel Ertrag mittlerweile geerntet. Wir produzieren den Steirreis im Trockenreis-Anbauverfahren. Das heißt, er wird bei uns noch bewässert. Von den Produkten her haben wir den polierten Reis, einen Naturreis. Dann gibt es weitere Reisprodukte, Reismehl, Reisgrieß, Nudeln, Zwieback, Reisbier haben wir mittlerweile gemacht. Reis ist im Grunde glutenfrei und passt auch perfekt für die glutenfreie Küche, der aber so ein bisschen seine Ernährung umstellen möchte. Das ist ganz toll. Unser Urprodukt mit den Produkten, wo wir eigentlich angefangen haben, bevor wir dieses Reisprojekt gestartet haben, ist das Steirische Kürbiskerneöl, so wie es bei uns da in dieser Region sehr üblich ist. Dann unsere Innovation, der Cadou, das ist ein Kürbis-Nektar mit Apfelsaft-Orange und ein bisschen Zitronensaft dazu. Ich möchte euch alle bei uns einladen, dass ihr zu uns herkommt, denn steirische Reisprodukte kennenlernt, auch wie man den steirischen Reis produziert, verarbeitet. Wir machen Führungen, wir können dann den Reishocker rausschauen, dass man alles sehen können, miterleben kann, wie das funktioniert und natürlich auch den Reis genießen. Also ich möchte euch recht herzlich bei uns, auf unserem Betrieb begrüßen. Wir sind die Familie Frühwirt. Unser Fulgernamen ist Miertl. Den haben wir auch als Marke verwendet. Darum ist er überall zu sehen, da bei uns im Hofladen. Wir sind ein traditioneller Obstbaubetrieb. Das heißt, schon seit drei Generationen betreiben wir professionell Obstbau. Wenn ich kurz vorstellen darf, was wir alle so in unserem Laden verkaufen und was wir selbst anbauen, das geht von Äpfeln, das ist unser Hauptprodukt. Dann haben wir schon sehr viele Birnen in unserem Angebot, verschiedene Sorten. Kirschen, dann Pfirsich, Marillen und Zwischken. Eine breite Palette von Säften, das beginnt von Pfirsich, Nektar über Apfelsaft, bis hin Birnensaft und der Holunder, Beernsaft. Dann machen wir auch Essig und ein neues Produkt seit einigen Jahren ist unser Apfelseider. Das Hauptprodukt ist der Apfelmost, also ein Apfelwein, der mit Säften gemischt wird und mit Kohlensäure abgefüllt wird. Also jetzt möchte ich euch, liebe Kunden, bei uns einladen einzukaufen. Wir haben den ganzen Tag offen. Gegen Voranmeldung kann man auch am Wochenende einkaufen. Und wir sind gerne bereit, Verkostungen zu machen und euch, unseren Betrieb, ein bisschen näher vorzustellen. Wir haben in Klöch auch eine gute Infrastruktur zum Tourismus. Wir haben drei Hotels, es sind zwei Gasthölfe und zwölf Buschenschenkern. Das ist eine wertvolle, sehr wichtige Infrastruktur. Wir haben eine Golfanlage, 27-Loch-Anlage, Tramina-Golf-Klöch. Wein und Golf sind eine gute Kombination. Die Natur ist einfach wertvolles und etwas Wunderbares. Und eine gepflegte, schöne Natur, da kann man sich richtig entspannen und erholen. Kommen Sie einfach nach Klöch und genießen Sie diese Region mit dem Klöcher Tramina. Danke vielmals. Untertitelung des ZDF für funk, 2017